Hallo, ich bin Colin Stüssi und fahre das Team Rot-Akros. Meine Saison hat super angefangen mit dem Sieg von der Tour of Rodos und Fahrer im Giro Empire SLX. Der Schuh hat ein atmetaktives Evo-Fieber-Obermaterial, Karbonsohlen von Kraftfolie-Antritt, drei Stufenverstellbare Innensohlen für optimalen Komfort und ein freundestellbare Schnüsse-Steg. Ein absoluter Vollblut-Trenner.